Herzlich Willkommen und viel Spaß beim Video! Eigentlich... Uh oh, ich denke, es scharzt mich an. Ah! Heeeey. Uh, nice, D-Dragon. Ich muss nur, um zu Glasp Mountain zu gehen, du siehst, und... Oh, dear. Ich hab'n Baby. Ach, zeig' ihm Baby. Ja, der ist grün. Ja, ich weiß nicht. Scheint ihm zu gehören. Ja. So, kannst du mir jetzt zu diesem Glasberg bringen? Ich brauch' ne Rose. Oh, wie süß der da hockt! Ist der nicht knuffig? Ich fäng'n an zu schreien, bevor der Drache losfliegt. Nice. Das war unglaublich. Ich kann nicht genug bedanken, D-Dragon. Ich muss nur kurz schauen, und dann können wir gehen, okay? Äh... Äh... Nicht wirklich viel hier hinten. Nur ein kleiner Nuck in der Mountain ist alles. Der Weg scheint, weiter nach hinten zu gehen. Okay. Dann gehen wir mal da rein. Warte, wir fangen beim Fenster an. Okay. Hallo! Ja. richtig? 00- Ah, du wieder? Ich habe gesagt, nein! Geh nach Hause! Aber Herr, du wirst nicht mehr wissen, was ich kam für. Na gut? Oh, ich... ich brauche eine Rose. Eine spezielle Rose aus dem Topf dieses Mountain. Eine Rose? Aber ich dachte, du bist hier für... Nein, du kannst es nicht! Das? Geh weg forever! Aber du wirst, wo die Rose ist, Herr? Of course! I have it right... Wade? Ah, no, no idea! No Rose in here! Alter, was geht denn mit dem ab? How rude! No Rose in here! Now go away! How rude! Mach die Tür auf! Who's there? You! I see you there! ahí! Wollte einsteigen! Jetzt aber nicht in Ruhe lassen. So, und wie kriege ich jetzt die Rose von ihm? Äh, ne, da ist der Drache. Ach, vielleicht weil er mich sieht. Kann ich mich verstecken? Okay. Ja, ja. Ne, 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 bleib mal hier stehen. Willst du uns verstecken? Ne, das ist zu weit. Hä? Du sollst das Fenster öffnen. So. Keine Ahnung, ich will einsteigen. In dein Haus. Überm Kopf vorne? Aha. Okay, so geht's auch. Fraga, Muga, Musi, ne, ua, interessante Sprache. What the hell? Wollt's schon sagen, das interessiert ihn nicht. Er hat keine Gefühle. Hmm, if I give you the rose, will you just leave me already? Oh, ein Moment rausgeteppt. Fine, fine, fine. Open this window already. Ooh, eine Gliese an der. Thank you so much, Rink-Rank. You have no idea how much this means to me, really. Hmm, I don't care. Go, scram. Ja, okay, ich gehe schon. Währendessen, was macht Berli? Oh, yes, I see. Wow, you sure are brave. And just then, as I raised the sword, lied glinting bright off my steel. Sir, there you are. Well, no way, this is the best bit. It's the girl, sir. She's been spoilt. What? Wh-where? Sir, one of the villagers. They say they've seen her walk into this very town just this very night. By the stars. Right under our notice. The Nurb. And the Bear Man. No sighting, sir. I will keep asking around about both of them, sir. Well, maybe it's a good idea to see if they've left the village. Because if I was then, but I'm definitely not, definitely not, well, that's what I'd do, run away, far away. Oh, that is good of you, kind, sir, to offer your simpleton assistance. This is a matter for the great minds of the royal guards. Is it options? Sir, exactly right. As always, sir. We'll hop to it. Back to the nitty-gritty man. Let's root out those dastardly wrapped scallions once and for all. Oh, hurry, Anna. What happened? As soon as we can save your grandpa. Was? Ach so. Ach so, das scheiß Sauberbuch brauche ich jetzt noch. Oh, Mann. Moment, ich muss mich kurz aushusten. Ich müte mich mal. So, weiter geht's. Wir brauchen das Zauberbuch. Nur wo fremd ich die alte Schabracke? Okay, ich will sehen Sie dann, mit den Objekten. Okay, dann. Also, zuerst schauen wir mal, wie es Bärli geht. Ich bin da rausgetöpft. Ist es so dunkel? What the fuck? Hä? Schlafen die alle? Wieso ist es hier auf einmal so dunkel? Björn. Okay, nee, bei denen ist nichts Neues. Ja, 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 das Gespräch hatten wir schon. Aber wieso ist es so extrem dunkel auf einmal hier? What the heck? What the heck? Oh. Do you know why this man is so sad? Ah, Gottfried. Best leave him be. The man's in grieven. It's his young'un, see? Like I says before, children up been vanishing. Oh my gosh. That's terrible. We have to do something. Haven't you tried to... Okay, der ist keine gute Hilfe. All right, thank you, mister. Better get back to what I'm doing. Es ist so extrem dunkel, jetzt hier. Aye, as should I. Take her out there, little miss. Sir? I, I heard about your boy. I'm really very sorry, sir. Yeah, not as much as I am. Well, maybe I can help. Was it near the mill, like the others? Yes. Hansel. As of Miller. You were taken near the mill, but you mustn't. It's too dangerous for us simple folk. Some things can't be helped, child. Evil will have its way in this wicked world. You'll see the world for what it is one day. Then you'll see. You'll see there's no good. I, I'm sorry, sir. But you're wrong. It's true. There is lots of time. I mean, a bose and hexes are on the book gegeben. I've never realized. And even hiding from it on the farm didn't help me. But the thing is, there is good too. Lots of good. And, and, I'll even prove it to you. I'll find your son, sir. I promise. Sure. As you say, little one. Such youthful innocence. Okay, also zur Mühle. Vielleicht geht's jetzt auf. Ach, endlich wieder hell. Auf zur Mühle. Hello? Is anybody home? Jetzt auf einmal. It's you. Uh, yes. Well, I, I met you earlier and that book. A child. Uh, well, yeah, that's me. See, the book you borrowed. I was hoping. Oh, what a good timing. Oh, do come in. I'm just about to eat. Oh, no. You, you should come in. Now. I mean, uh, please, would you come in? Oh, dear. Well, I... Die entführt Kinder. I suppose I'll come in. Hi, hi, hi. Okay. Ähm. Ähm. Sit, sit, sit. It's almost ready. What is my book? Where are you, Hansel? No, what is Hansel? I told you, dinner is nearly ready. I told you to sit. No, 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 no. Not that one. That's, that's my chair. Yes, my chair. Aber auf den will ich mich nicht setzen. Das sieht so komisch aus und da ist ein Hebel. Oh, Gott. Was war das? Ähm. Was war das? Äh. Äh. Oh. Oh, oh, oh. This old house. Never mind. Let's eat, let's eat, let's eat. Here you go. Hehehe. Nice and... And comfy and delicious. What? So, klar. Yeah, haha, two. I got two. Hehehe. Hehehe. My head. Und dad vermisst ich. Ja, wie geht es dir? Oh Gott! Ja, das ist doch nicht so gut. Aber ich werde uns rauskommen. Ja? Ja, zu sagen, das zu diesem Mann neben mir. Wenn du dich besser fühlst, dein Pa ist sehr Angst vor dir. Er kommt, um uns zu retten? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Danke für das Wettbewerb. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Er hat gesagt Stützbalken. Hau das Ding durch. Ich gebe mir Mühe. Grummel, grummel. Was ist mit mehr Bums? Da ist ein Hammer. Ja. Oh, ja, gute Idee. Ich kann es nicht von hierher erreichen. Aber vielleicht kann ich es näher bringen. Oh, ja, gute Idee. Ich kann es nicht von hierher erreichen. Aber vielleicht kann ich es näher bringen. Dann mach das doch. Tschüss doch mal. Ja, ich bin eine Hexe. Wo ist jetzt gelernt? Warte. Du meinst nicht ... Du bist aus den Wäldern im Westen? Wäldern im Westen? Wäldern im Westen? Na, ich denke, meine Form ist aus hier vielleicht aus hier. Vielleicht. Ich wusste es. Ich kenne dich. Du und dein Vater. Die Familie mit Telekinesis. Es muss dich sein. Warte. Ich verstehe nicht. Er kennt keine Telekinesis. Ich denke, du hast mich verstanden, Hansel. Ich bin ziemlich sicher, ich nicht. Ihr Vater. Er war famous. Ich habe ein Buch über ihn. Er hat Menschen von überall. Er hat seine Telekinesis für alle guten deeds. Er ist wie ein Hero. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich meine, er ist immer ein Hero für mich. Aber nicht so. Ich habe ihn nie gesehen, wie er ihn benutzt hat. Er hat nie etwas über ihn gesagt. Du wirst es wissen, wie er es benutzt. Und wenn du es n-n-n-n-n-n-näst, dann schnell auf. Wir kommen uns aus hier schon, bevor wir ... ... essen. Oh, ja, ja. Ich arbeite daran. Ich arbeite daran. Es ist nicht so viel. Das ist so wunderschön. Ja. Genetisch bedingt. Ja. Genetisch bedingt. Aha. Hä? Kann ich das so öffnen? Nee. Doch da. Ja. Immer schön aggressiv ging über den NPC-seil. Natürlich. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Kann man es gar nicht öffnen? Oh. Ja, wir lassen erstmal den Kleinen verschwinden. Wieso nicht? Hä, wieso nicht? Willst du mich verarschen? Ja, dann mach doch auf. Er ist eine Leiter. So dumm. Willst du mich verarschen? Hört sie einen Schlüssel? Sieht, ich dumm. Der Mühlstein? Was soll ich damit machen? Ja, unsere Knochen. Kinderknochen. Okay. Nochmal hauen. Ach so geht das. So, wie können wir jetzt unser Buch holen? Das war's mit der Folge. Und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal, falls euch mein schwieriger Content gefällt. Und aktiviert natürlich die Glocke, um nichts zu verpassen. mer mal zwei Lichten. Ciao! but Throughs nowben. Vielen Dank.